Hi und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Ebony und wenn auch du das Horror-Genre so sehr liebst wie ich, dann bleib einfach mal dran. Bei mir wirst du alles finden, was mit Horror und Grusel zu tun hat. Neue Spiele, alte Spiele, Fakten, Horror-Make-up und vieles, vieles mehr. Meine Liebe zu Horror besteht persönlich schon sehr, sehr lange und ich finde, es gibt kein spannenderes und interessanteres Thema als Horror. Lass uns zusammen in die Welt des Horrors tauchen und selbst wenn du dich davor ein bisschen zu sehr gruselst, wir gehen Hand in Hand und schaffen das gemeinsam. Also wenn du Horror genauso sehr liebst wie ich, dann lass sehr, sehr gerne ein Agro da, lass uns die Welt des Horrors erforschen und werde auch du ein Teil der Ehrenanstalt.